. Sehr schön. Und die hier hinten wird's nicht auswischen. Wir schaffen die Konzentration. Bleibt... Ich bin Tobi und das ist Achim. Servus. Wir sind die netten Jungs vom RC Querschlag. Hi. Habt ihr da einen Rechtschreibfehler auf eurem T-Shirt? Quir heißt schwul. Quir heißt hier schwul. Hast du eine ganze Mannschaft alles drücken? Mir ist es jetzt wurscht ob die schwul sein oder nicht. Quiner müssen wir. Das ist wirklich die absolute Klischee-Schwester. Und du hast keine feminine Seite oder wie? Achte mal auf deine gebrochenen Handgelenke. Wir suchen den Typen, der sich bei dir durch und dem Schil versteckt hat. Ja, ich glaube es wird schlecht möglich sein. Wieso? Der hat sich da was eng geklemmt. Wollt ihr rein? Gerne. Ja klar. Oh ja, er ist ja so vernünftig. Nur da oben in der Schaltzentrale. Du brauchst keine Angst haben. Hast du den Eindruck, Tobi steht auf mich? Glaub, dass einfach jeder andere so eine Art wehrer so zeigt. Das tut mir leid, ich kann das nicht. Naja, wenn du und Sandra, ist die Freundschaft doch dabei, oder? Das ist doch ganz was anderes. Das überfordert mich echt total. Ich hab das Gefühl, dass du ein bisschen stinkig auf mich bist. Es hat doch wie sehr mesische Zwillinge. Und ich bin die Böse, die die beiden auseinander bringt. Wir sind doch ein Team, Achim. Du bist eifersüchtig, zwar auf die Kleine, nicht auf Achim. Also was laberst du überhaupt für'n Scheiß? Dein Kumpel steht auf Typen. Ach ja? Sag mal, spinnt ihr eigentlich alle? Bin dir noch jemand ne Banane?